Was sehen Sie, wenn Sie jemanden sehen, der so aussieht wie ich? Ein Italiener, einen weißen Mann, Brillenträger, Intellektor. Oh, danke. Oder war das gar kein Kompliment? Wahrscheinlich. Das war bloß die Übung für diejenigen, die nicht glauben, dass wir Leute auf den ersten Blick irgendwie beurteilen würden. Machen wir, können wir gar nicht anders. Das ist was völlig Normales. Als ich gestern hierher gefahren bin, habe ich mich an eine Situation erinnert, die 37 Jahre her ist. Da bin ich nämlich das erste Mal nach Nürnberg gekommen. Ich bin dann gleich zehn Jahre geblieben, wurde vom Direktor zur Halbzeit der fünften Klasse, das war nach den Winterferien, in das Musikzimmer gebracht. Da war nämlich in der ersten Stunde Musik. Herr Sorge saß auf einem erhöhten Podest vorne, so wie ich jetzt gerade hier. Und als gesagt worden ist, dass ich Jürgen Schlicher heiße und aus Münster bin, sagte er, aha, ab Reis hockt die da hinten hin. Ich bin mir nicht sicher, ob das vielleicht mich doch so geprägt hat. Also ich habe gestern darüber nachgedacht, wenn mir das wieder einfällt, wenn ich jetzt nach Nürnberg fahre, dann scheint das ein Erlebnis gewesen zu sein, dass ich nicht mit dem Thema Willkommenskultur verbunden habe. Es war ganz schick, weil am nächsten Tag haben sie mich in die Schule tragen müssen und ähnlich verlief dann erstmal meine Schullaufbahnkarriere. Und vielleicht hat das ein bisschen damit zu tun, warum ich irgendwann nach den Vorkommnissen von Rostock, Solingen, Mölln, Hoyerswerder, Hünxe, kann das ja lange, lange fortsetzen, überlegt habe, wie sollte das eigentlich sein, dass Menschen miteinander umgehen. Ich fand das damals, glaube ich, als Zehnjähriger schon irgendwie nicht so ganz prickelnd. Aber mich hat eine Sache sehr erstaunt, weil irgendwann hat das aufgehört, dass ich irgendwie als Preis behandelt worden bin. Wahrscheinlich, weil ich mich dialektal auch ein bisschen angepasst habe und nicht mehr sofort erkennbar war. Und so habe ich dann den Rest als weißer Mann hier in Deutschland verbracht. Mit vielen weißen Männern um mich herum, die mich geprägt und gebildet haben. An der Universität gab es, glaube ich, damals gar keine einzige nicht-weißen Professor, keine einzige Frau. Und deswegen gehörte ich immer zu denjenigen, die halt nur irgendwie wussten, wie es so ist und Karriere war vorgezeichnet. Bildungsgewinner, Intellektueller. Ich habe irgendwann dieses Projekt Schule ohne Rassismus kennengelernt, habe das damals nach Deutschland geholt und wir waren in der Situation, dass wir in den Niederlanden gerade überlegt haben, wie kriegen wir Schüler und Schülerinnen für diese Themen interessiert. Dann haben wir das geplant und haben Fahnenmalen gegen Rassismus, ein Toleranz-Test, chatten mit Südafrika, ein Rollstuhl-Parcours, lauter so tolle Sachen geplant, die wir auf einem Schiff dann machen wollten. Und bei dieser Vorbereitung war irgendwann der Punkt, dass wir uns angeguckt haben und gesagt haben, die gehen doch genauso schlau wieder von Bord, wie sie draufgekommen sind. Das bringt doch eigentlich gar nicht so viel. Also wo bleibt denn sowas wie Nachhaltigkeit? Durch einen lustigen Zufall war kurz vorher in der Oprah Winfrey Show eine etwas merkwürdige Frau, die die Idee hatte, man könnte das Publikum anhand der Augenfarbe irgendwie trennen und hat das mit ziemlich viel Werbe und Engagement gemacht, so dass viele der Zuschauer also wirklich bis zum Schluss der Sendung nicht verstanden hatten, dass sie das eigentlich gar nicht so gemeint hatte, sondern dass das eine kleine Möglichkeit war, etwas erfahrbar zu machen. Wir haben Jen Elliott damals gefragt, ob wir vielleicht die Möglichkeit hätten, sie kennenzulernen und rauszukriegen, ob wir Teile von dem für diese Bootstour implementieren können. Und dann hat sie gesagt, naja, wenn ihr zwei Leute, die Flugtickets für zwei Leute in die Richtung bezahlt, dann könnt ihr das ja auch andersrum machen. Dann komme ich mit meinem Mann und bleibt zwei Wochen und ihr könnt dann gucken, was ich mit euch so anfangen kann. Und so saß ich also am Ende meines Studiums, eigentlich sollte ich gerade meine Diplomarbeit schreiben, plötzlich im Zug, war auf der Reise nach Eindhoven und erlebte einen Tag, der etwas anders war als die, die ich bis dahin so kennengelernt hatte. Ich kam ein bisschen zu spät, die niederländische Bahn ist irgendwie nicht so viel pünktlicher als die deutsche. Kommte an einen Tisch, da steht eine kleine weißhaarige Frau, die sagte, ich solle meinen Namen da jetzt eintragen. Und dann gab es da diese Liste, rechts blauäugig, links blauäugig. Ich habe mich dann brav eingetragen, unter der Spalte blauäugig. Und ihr erster Satz, den sie dann anrichtete, war, cross it out, write it that I can read it. Streich es durch, schreib es so, dass ich es lesen kann. Oh, dachte ich mir. Die hat schon wieder gemerkt, was für eine Sauklaue ich habe. Durchgestrichen, neu geschrieben. Cross it out, write it that I can read it. Diese Spielchen haben wir achtmal gemacht, bis ich auf die Punkte auf meinem U verzichtet habe. Die Dame kam nämlich aus den USA. Und da gibt es diese Punkte auf dem U nicht. Ich war so fertig, weil ich mir dachte, was fällt der eigentlich ein, mich dazu zu zwingen, jetzt meinen eigenen Namen irgendwie zu ändern, nur damit sie damit zufrieden ist und gut damit leben kann. Und hatte, glaube ich, wirklich noch gar nicht verinnerlicht, dass das wahrscheinlich jetzt schon zu diesem Workshop gehört. Als sie mir dann einen grünen Kragen umlegte, mir eine Sicherheitsnadel vorne reinmachte und sagte, du wirst gleich in einen Raum reinkommen, in dem werden lauter Leute mit einem grünen Kragen sein, pass gut drauf auf, dass die alle ihren Kragen umhaben. Weil wen werde ich dafür verantwortlich machen, wenn das nicht so ist? Und ich so, mich. Also das wirklich nur mal so eine ganz, ganz mini kleine Szene von dem, was mir da passiert ist. Und ich merkte, dass all das, was ich studiert hatte, all das, was ich gelernt hatte zum Thema Rassismus, Rechtsextremismus, Nationalismus, das fing gerade an, sich irgendwie so zu verknüpfen, weil die Frage, warum funktioniert das eigentlich, sich mir noch überhaupt nicht so richtig erschlossen hatte nach vier, fünf, sechs Jahren. Na gut, ich habe schon ein bisschen angefangen, Trainings zu machen in der Zeit. Studium der Politikwissenschaft und Soziologie. Und während ich da saß, habe ich mir gedacht, holla, da passiert jetzt irgendwas. Ich habe erst Jahre später verstanden, warum das eigentlich so wirkungsvoll ist. Das hat damit zu tun, dass ich in letzter Zeit mit einer ganzen Reihe von Hirnforschern wie dem Herrn Spitzer und dem Herrn Hüther und so zu tun habe, die jetzt viel genauer wissen, was in unseren Köpfen eigentlich abgeht. Ich habe ein bisschen rumgefragt, es gibt den einen oder die andere, die den Film nicht gesehen hat. Ich spiele Ihnen jetzt mal eben nur drei, vier Minuten davon ein, um Ihnen dann nochmal zu erklären, was da eigentlich tatsächlich in den Gehirnen von Leuten passiert, wenn sie konfrontiert sind mit dieser Übung. Ganz vielen von Ihnen muss ich das nicht erzählen. Ich finde das immer wieder lustig, dass ich zu diesen Themen eingeladen werde. 1,80 groß, heterosexuell, christlich erzogen, westdeutscher Mann. Ich habe von diesem Thema eigentlich ziemlich gar keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich eingeladen werde. Dann wird es nicht so schlimm oder so. Ein kurzer Ausschnitt. Der Rassist in uns. Auf diesem ehemaligen Fabrikgelände nehmen gleich rund 40 Menschen an einem ungewöhnlichen Selbstversuch teil. Noch wissen sie nicht, was auf sie zukommt. Sie werden erleben, wie schnell ein Mensch zum Opfer, aber auch zum Täter werden kann. Die Teilnehmer werden in zwei Gruppen aufgeteilt. Einziges Auswahlkriterium, die Augenfarbe. Was die Teilnehmer nicht ahnen, die Blauäugigen sollen den ganzen Tag diskriminiert werden, sagen, die Braunäugigen sollen diskriminieren. Werden sich die beiden Gruppen in ihre Rolle hineinfügen oder widersetzen sie sich den Regeln? Wenn du dich nicht anschließt, dann ist der Workshop für dich beendet. Das ist dein Problem. Also schließt du dich an oder nicht? Wenn du einen vernünftigen Film aufhörst, dann hast du halt nicht gehabt. Dann hört dieser Workshop für dich sofort auf. Ich bin immer noch stinksauer, dass eine Szene, die jetzt passiert, leider nicht im Film aufgetaucht ist. Ich kriegte irgendwann einen Zettel während des Workshops, auf dem stand drauf, da hat gerade ein blauäugiger Versuch durch mich durchzulaufen. Ich dachte mir, bitte? Ich konnte überhaupt nichts damit anfangen. Erst als ich die Rohschnittfassung dieses Filmes gesehen habe, habe ich mitgekriegt, dass die Szene so weiterging, dass er plötzlich anfängt loszulaufen. Einfach wirklich auf meine Kollegin Schäder Kutzal zu. Die weicht aber nicht aus. Der kennt das aber nicht anders, dass Leute ausweichen, wenn er irgendwo langläuft. Und dann sind die wirklich bomb so zusammengestoßen. Man kann sich das kaum vorstellen, wenn man nicht ein bisschen versteht, wie innere Landkarten funktionieren. Der war lange im Vorstand eines großen Wohlfahrtsverbandes. Er hat auch versucht, den Film zu verhindern, aber der hatte schon unterschrieben. Und für ihn war es sozusagen eine völlige Normalität, dass wenn er in einer Situation ist, wo er überhaupt keine Macht hat, dass das nicht so funktioniert, wie er das normalerweise kennt. Nämlich, dass er das bekommt. Nämlich die Aufmerksamkeit, die Möglichkeit mitzureden, die Möglichkeit einzugreifen, die Möglichkeit, die Situation zu verändern. Er konnte die Situation nicht verändern, aber er wollte wenigstens deutlich machen, dass er sein Wegerecht noch behält. Das ist ihm misslungen, weil Schäder Kutzal ist mit mir zusammen damals ausgebildet worden von Jane Erleert und die ist einfach stehen geblieben. Und er ist wirklich frontal gegen sie geprallt. Ich hoffe, dass es eine weitere Schnittversion gibt, wo die Szene wieder drin ist. Laut einer aktuellen Studie ist jeder vierte deutsche Ausländer feindlich. Ein Bewerber wird wegen seines fremd klingenden Nachnamens nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Eine Kopftuchträgerin hat schlechtere Karten bei der Wohnungssuche. Rassismus ist ganz subtil im Alltag und doch offensichtlich. Der Antirassismus-Trainer Jürgen Schlicher geht Vorurteilen seit über 20 Jahren auf den Grund. Er wird die Teilnehmer heute durch den Selbstversuch führen. Wenn wir die Leute hier gleich reinholen, wird es ungefähr 15 Minuten dauern und ihr werdet alle Vorurteile, die ich über Blauäugige hier reinbringe in den Raum, sehen können. Was die Blauäugige... Das kann ja gar nicht sein. Also es gibt ja keine Vorurteile über Blauäugige. Naja, in Deutschland ein bisschen. Aber dieses Blauäugig-Sein ist tatsächlich etwas, was es in anderen Sprachen erstmal so nicht gibt. Aber das Verrückte ist, ich kann ein Vorurteil nehmen. Und wir bedienen uns in dem Workshop all der Vorurteile, die wir so normalerweise kennen. Die sind, das können Hirnforscher jetzt auch messen, die sind richtig hardwired. Also Vorurteile sind richtig fest verdrahtet in unseren Köpfen. Man kann das durch diese bildgebenden Verfahren sehen. Zu dem Wort Polen gehört ein Verb und das könnte ich jetzt hier abrufen, richtig? Zu den Russen gehören bestimmte Trink- und Essgewohnheiten, die kann ich abrufen. Und all diese Stereotype und Vorurteile, die wir so haben, Kinder holt die Wäsche rein. Die Zigeuner sind wieder in der Stadt. Wer hat Angst vor dem Punkt, Punkt, Punkt und so weiter und so fort. All diese Vorurteile kann ich im Prinzip auf jede andere Gruppe, beliebige Gruppe draufpacken. Und jetzt ist ja das Spannende, das funktioniert ja eigentlich aber nur, wenn ich dann auch sehen kann, dass da irgendwie ein bisschen was dran ist. Also ich muss ja zumindest die Idee davon haben, dass das eben nicht ein Vorurteil ist. Wir arbeiten immer mit so einem lustigen Film, da fragen Jugendliche in der Stadt, ob jemand Vorurteile hat. Und niemand hat Vorurteile. Sie haben den Film Stadt ohne Vorurteile genannt und der ist einfach absolut großartig. Wenn Sie wollen, schicke ich Ihnen einen Link dazu, der ist für Bildungsarbeit kolossal, weil Sie in der Regel dann niemanden mehr im Publikum haben, der sagt, ich habe aber keine. So, jetzt gehört zu diesem Schema von Diskriminierung aber immer noch dazu, dass das Vorurteil nicht nur in dem Kopf bleibt, sondern irgendwie da rauskommt. Also durch Sprache, durch Behandlung von anderen. Und jetzt ist eine Sache mir ganz wichtig, das muss ich deswegen erwähnen, weil wir tatsächlich letztes Jahr so einen komischen Diskurs haben, Rassismus andersrum. Ich muss schon auch die Macht haben, Leute so zu behandeln. Da reicht also Quantität nicht aus, wie man vielleicht aus Südafrika weiß, wenn es um umgekehrten Rassismus geht, sondern ich muss irgendeine Art von Macht haben, um andere so behandeln zu können. Und dann habe ich was ganz Spannendes gelernt, weil Menschen, die mit einem Vorurteil im Kopf von anderen irgendwie Behandlung soll das heißen. Okay. Leute, die von anderen behandelt werden, nein, wir machen das neu, okay. Ich muss dazu sagen, ich glaube, das Thema Diversity Management liegt mir auch deswegen so, weil meine Schule damals, das war nicht die hier in Nürnberg, sondern vorher die in Münster, die waren so nett, Diversity Management zu betreiben, als ich da reinkam. Ich war der Erste, der mit Links schreiben dürfte. Sie hatten leider keinen, der mir das gut beibringen konnte. Also, wir nehmen ein Vorurteil, wir behandeln eine Gruppe von Leuten so, als wenn dieses Vorurteil stimmen würde. Und dann ist ja das große Ding, Leute müssen sich irgendwie verhalten. Darum geht es jetzt. Also, wie verhalten sich Menschen, wenn sie diskriminiert werden, wenn sie aufgrund eines Vorurteils ungerecht behandelt werden? Das kann man abfragen in Gruppen. Wie verhalten sich Leute, wenn sie diskriminiert werden? Gibt es viele verschiedene Möglichkeiten? Nennen Sie mal eine. Sie ziehen sich zurück. Also, dieser Versuch, sich unsichtbar zu machen. Dieser Versuch, deutlich zu machen, dass an dem Vorurteil nichts dran ist, indem ich versuche, möglichst nicht aufzufallen, um möglichst wenig Reibungsfläche zu bieten. Wenn ich hier nochmal im Raum höre, dass Menschen, die Diskriminierungserfahrung machen, schwach sind, dann haben sie den Mechanismus noch nicht begriffen. Weil da gehört eine Menge Energie dazu, da gehört eine Menge Strategie dazu, da gehört eine Menge Wissen über die Einstellung von anderen hinzu. Kann sein, dass dieser Mechanismus, der in dem Workshop immer sehr deutlich wird bei Leuten, deswegen so wenig erforscht ist, weil viele, die forschen, eben das normalerweise in dem Alltag nicht müssen, weil sie so aussehen wie ich. Was gibt es noch für Reaktionsmöglichkeiten? Ansprechen. Ja, genau. Was passiert, wenn Menschen Diskriminierung ansprechen? Wissen Sie, was mir passiert ist, als ich angefangen habe, über meine Erfahrung als Blauäugiger in den Workshop zu sprechen? Da habe ich was sehr Interessantes gelernt, weil ich habe dann irgendwann aufgehört, darüber zu sprechen. Die erste Reaktion war immer von Leuten, die wenig mit dem Thema zu tun hatten, denen ich erzählt habe, wie es mir da ging. Also das hätte ich mir nicht gefallen lassen. Das hätte ich mir nicht gefallen lassen. Und ich dachte nur Arschloch. Weil das war die Diskriminierung nach der Diskriminierung. Das war auch wieder gar nicht bösartig gemeint. Das war nicht, dass Leute da jetzt irgendwie mir sagen wollten, du bist ein Depp, weil du das nicht hingekriegt hast. Sondern es gibt so diese persönliche Überzeugung, wenn man diskriminiert wird, wenn jemand einem mit Vorurteilen begegnet, könnte man die Situation selber in der Situation verändern. In dem Workshop habe ich eine Menge gelernt. Das ist nämlich gar nicht mal so leicht. Und zwar aus einer ganzen Reihe von Gründen, die mit dem Verhalten zu tun haben. Also ich glaube, eine Möglichkeit ist sozusagen in den Widerstand zu gehen, also das anzusprechen oder tatsächlich auch sauer zu werden. Das ist ja wohl nur legitim, wenn man so behandelt wird. Ich nenne das hier jetzt die 130 Prozent, weil ich immer noch keinen besseren Ausdruck dafür habe. Also zu gucken, dass man es irgendwie hinkriegt, in einer Situation, wo einem eigentlich nichts Positives zugetraut wird, doch irgendwas noch hinzubekommen. Und wir können das sozusagen Land auf Land ab in Schulen, in Universitäten, in Bildungseinrichtungen, in der Wirtschaft, in Verbänden etc. sehen. Dass da Leute sitzen, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als zu versuchen, deutlich zu machen, dass sie es eben doch können, obwohl ihnen andere das nicht zutrauen. Ich habe noch was entdeckt. Humor ist hilfreich. Lehrer haben mir das irgendwann mal angefangen zu erklären. Es gibt immer so einen Klassenclown. Das ist meistens ein Mann, der kleiner ist als die anderen Jungs. Die versuchen dann tendenziell, diese Möglichkeit zu nutzen. Jetzt gibt es aber eine ganz fürchterliche Situation, die damit zu tun hat, dass wir normalerweise in diesen Workshops diejenigen, die auf der braunäugigen Seite, also auf der privilegierten Seite sitzen, vorher konditionieren, wie sie das wahrzunehmen haben, was sie da gleich sehen werden. Das ist das, was Herr Zick gerade mit dem Thema Interpretation angesprochen hat. Wenn ich mir das nämlich angucke, was die da machen, die sich da so verhalten und ich denen vorher gesagt habe, Blauäugige können sich nicht an Regeln halten. Die wollen immer ihr eigenes Ding machen. Am liebsten sind die sowieso immer unter sich. Und die sind auch nicht so zivilisiert. Und ich gucke mir unter dem Aspekt an, was die da jetzt so machen, dann kann ich feststellen, wenn die in Widerstand gehen, bestätigt das mein Vorurteil, dass die gerade versuchen, ihre eigenen Regeln hier zu machen, sich nicht an unsere Regeln anzupassen, nicht in der Lage sind, einfachste Anweisungen zu befolgen. Also es gibt da so Plakate, die sollen die Leute vorlesen, da stehen bluiefeindliche Sprüche drauf. Und wenn sie das nicht machen, dann wird es interessanterweise nicht so interpretiert, dass das ja ein völlig legitimes Verhalten ist, sondern es wird so interpretiert, aha, da wollen die sich wieder nicht anpassen. Die 130%er machen ganz fürchterliche Erfahrungen da drin. Ich kann es aus eigener Anschauung aus dem Workshop ablesen. Also dieser vorauseilende Gehorsam, den ich da schon dann irgendwann entwickelt habe, also ich wusste dann, welches Plakat gleich dran ist, dann habe ich gezählt, wann bin ich dran, habe versucht, das Plakat irgendwie vorzulesen, stehe auf, lese das Plakat vor, alle Blicke auf mich, Jen Elliott in ungefähr dem Abstand hier von mir entfernt. Ich habe es nicht hingekriegt. Also ich habe mich wirklich bemüht, aber ich habe es unter diesem Druck nicht hinbekommen, ein stinknormales, einfaches englisches Plakat vorzulesen. So, wie sieht das aus, wenn die auch sehen, dass ich mich bemüht habe? Jen Elliott hat mich dann auch noch gefragt, weil sie es gesehen hat, hast du vorher geübt und ich mal das habe geholfen? Dann macht das natürlich irgendwie ziemlich deutlich, dass selbst wenn ich als Blauäugiger versuche, irgendwas richtig zu machen, kriege ich es ja nicht hin. Und das Dritte ist, wenn da Leute versucht haben, irgendwie da Witzchen zu reißen, Späße zu machen, es irgendwie links rein, rechts wieder rauszulassen und es irgendwie für sich so umzuinterpretieren, dass es ja mit ihnen selber gar nichts zu tun hat und sie versucht haben, das mit Humor zu lösen, da hatte Jane schon den Satz vorher parat für die Braunäugigen. Wenn ihr Blauäugige dabei erwischt, dass sie das alles irgendwie nicht ernst nehmen, dann wisst ihr, wie Blauäugige in Lernsituationen mit sowas umgehen. Die nehmen einfach nichts ernst, die haben kein Interesse, irgendwas zu lernen. So, das heißt, wenn ich mir mit meinem Vorurteil angucke, wie sich diejenigen verhalten, die da gerade unter einem ziemlich großen Druck stehen, dann bestätigen die offensichtlich jedes der einzelnen Vorurteile, die ich da gerade so hatte. Und das ist natürlich ein bisschen widerlich, weil das bedeutet ja, dass ich immer wieder dafür sorgen kann, dass solange ich die Macht habe, Leute so zu behandeln und wir in einer Gesellschaft leben, in der es so viele Vorurteile und eine riesen Bandbreite, das wechselt immer, was die Gruppe angeht. Ja, also ich arbeite im Moment viel in Baden-Württemberg, da sind die Vorurteile, die die Türken abkriegen, die haben vorher die Italiener abgekriegt und zwar exakt identisch dieselben. Also da wechseln die Gruppen zwar, aber die Vorurteile bleiben relativ stabil. Die Privilegien in Händen derjenigen, die sagen, wie man das zu interpretieren hat, bleiben auch relativ stabil. Jetzt haben die vor, irgendwie in der Landesverwaltung in Baden-Württemberg möglichst viel interkulturelle Kompetenz reinzukriegen. Das finden da aber ganz viele gar nicht nötig. Deswegen melden sie sich dafür nicht an. Macht nichts, weil jetzt können wir ganz viel an Schulen arbeiten. Das ist auch schön. So, diesen Teufelskreis, das war mir überhaupt nicht bewusst. Und mir war noch eine Sache überhaupt nicht bewusst, weil neben mir saß jemand, Cor van der Rind, das war auch der Veranstalter dieser Veranstaltung, wo ich da Jen Elliott kennengelernt habe. Der hat sich irgendwann entschieden dafür. Der hat gesagt, ich lese das nicht vor oder hat ein Plakat immer anders vorgelesen. Ich glaube, da war ein Plakat, auf dem stand drauf, ich habe keine Vorurteilige, eine meiner besten Freunde sind blauäugig. Und er hat, er war ja selber blauäugig und hat es dann halt vorgelesen, ich habe keine Vorurteilige, eine meiner besten Freunde sind braunäugig. Und Jen hat gesagt, lies es nochmal vor, lies es nochmal vor, lies es richtig vor. Hat sich geweigert. Und ich war der hier. Also ich habe mir gedacht, boah, machst du das jetzt bitte endlich richtig. Wie sieht das denn aus? Also wie sieht das aus, wenn du das die ganze Zeit hier falsch vorliest? Das bestätigt doch bloß die Vorurteile, die die anderen über uns haben. Und das Interessante war, ich war in dem Moment absolut nicht mehr bereit und willens mit dem solidarisch zu sein. Nur deswegen, weil er eine andere Strategie gewählt hat. Und ich war einer, der am lautesten gelacht hat, als Kurvanderin dann irgendwann reinkam mit dem Plakat Freiheit für Blauäugige. Da war die Solidarität kaputt. Und jetzt ist die Frage, warum funktioniert dieser Workshop eigentlich? Also ich komme da rein, ich kannte niemanden von den Leuten, die da irgendwie auf dem Fischmarkt in Hamburg oder in der U-Bahn oder sonst irgendwo gefragt worden sind, ob sie an einer Sozialstudie teilnehmen wollen. Würden auch ein kleines Honorar kriegen. Und dann kommen die da hin und dann liegt da diese Liste und dann gab es also Leute, die sich da eingetragen haben. Das Setting von diesem Workshop ist immer so, es gibt also den Trainer, die Trainerin, meistens übrigens begleitet von zwei Assistenten, die sind wichtig. Das ist so wie beim Mobbing. Da gibt es immer einen und dann gibt es immer zwei links und rechts. Die müssen das immer abnicken. In dem Workshop geht es dann die Bs außenrum. Die Braunäugigen also, die sitzen dann da so da. Und die tun genau das, was Professor Zick gerade angedeutet hat, nämlich nichts. Wobei das spannend ist, dieses Nichtstun äußert sich auch unterschiedlich. Es gibt Leute, die finden das total klasse, dass eine andere Gruppe das abkriegt. Die haben ein sehr starkes Bewusstsein davon, warum das vielleicht sinnvoll ist, so einen Workshop zu machen. Der größte Teil davon sitzt da und sagt, ich möchte auf gar keinen Fall C werden. Cs sind die hier. Die kommen dann später mit rein. In dem Workshop gibt es etwas ziemlich Faszinierendes, der da abgefilmt worden ist. Da gibt es nämlich hier eine Frau, die in der Konditionierungsphase, wir nennen die Conditioning Phase, also wirklich Konditionierung. Das ist das, was mit uns Medien machen, was Politiker machen, wenn sie auf bestimmte gesellschaftliche Phänomene unreflektiert so reagieren, dass sie anfangen, darüber zu reden, dass wir angeblich zu viele werden, dass man das irgendwie besser verteilen müsste, etc. Das ist keine böse Absicht dahinter. Der versucht, das verwaltungstechnisch gerade irgendwie in den Griff zu kriegen. Das Phänomen, das wir jetzt endlich haben, dass auch mal wieder Menschen hierher kommen, und zwar mehr als auswandern. Ich habe noch so eine schöne Grafik, die muss man immer wieder zeigen. Ist auch sehr unauffällig, weil es eine vom Bundesamt für Statistik ist, zur Frage, wie das eigentlich mit Einwanderung und Auswanderung hier gerade aussieht. Aber das Ganze hat ja nichts mit Logik zu tun. Also diese Frau hier hinten sagt plötzlich, hallo, ich finde das gar nicht in Ordnung, was ist denn eigentlich mit den Blauäugigen? Kriegen die auch Kaffee? Und ich sage, schau halt nach. Und vergiss deine Tasche nicht. Und das war hübsch, weil dadurch, dass ich die sozusagen sofort outgesingelt hatte, also ich habe die vereinzelt, die hat noch versucht, dem die Tasche zu geben, dafür hat sie sich hinterher auch noch entschuldigt, finde ich hochgradig interessant. Die ging dann raus und war draußen. Und hier vorne saß Lothar, oder sitzt Lothar, wenn Sie den Film vielleicht noch mal gucken, Lothar ist eigentlich so ein totaler Schlüsselheld, aber da kann man auch wieder viel dran lernen. Lothar war sich die ganze Zeit nicht sicher, ob er das gut findet, was ich da mit denen mache. Also der hat gemerkt, dass ich anfange zu manipulieren, dass ich da irgendwie anfange, Witze zu machen über Blauäugige. Der hat gemerkt, da passiert etwas in ihm und mit ihm, was er eigentlich gar nicht wirklich toll findet. Und hat dann auch, jeder Einzelne, hier wird natürlich gefragt, ob er mitmacht. Und nach 20 Minuten, 30 Minuten sind die alle voll bereit und warten nur darauf, dass es losgeht. Und Lothar hat gesagt, er weiß es nicht. Er weiß nicht, ob er da mitmachen will. Und ich dachte so, oh, auf Lothar muss ich aufpassen. Lothar macht mir mein System kaputt. Lothar wird möglicherweise einer von den Braunäugigen sein, die mitten in dem Training irgendwie sagen, dass er das nicht in Ordnung findet. Großartig, oder? Ist das nicht toll? Wissen Sie, was passiert ist, als die Rohschnittfassung Leuten gezeigt worden ist, aus der Zielgruppe von ZDF Neo haben sie irgendwie Leute gewählt und haben den Film gucken lassen. Und Lothar hatte einen ziemlich großen Part da drin. Er ist rausgeschnitten worden mit Zitat folgender Begründung. Der war den Zuschauern nicht so sympathisch. Und jetzt ist der Einzige, der wirklich seine Privilegien hier nutzen wollte, um etwas anders zu machen, in dem Film nicht mehr zu sehen. Ist das nicht bedauerlich? Ist das nicht absolut bedauerlich? Weil eigentlich schön wäre es gewesen, die ganze Geschichte nur um Lothar zu bauen und zu sagen, aus irgendwelchen Gründen hat sich Lothar nicht manipulieren lassen. Aus irgendwelchen Gründen hat Lothar gesagt, es ist nicht in Ordnung, wie hier über andere geredet wird. Aus irgendwelchen Gründen, wobei das noch, das hatte noch so eine spannende Komponente, weil hier saß Gino, Gino heißt gar nicht Gino, aber Gino lebt als Gino, weil er nicht möchte, dass die Menschen in seinem Umfeld mitbekommen, dass er Sinto ist. Deswegen verkauft er auch Eis, damit die Geschichte, dass er Italiener sei, nochmal glaubhafter rüberkommt. Und Gino, das sind schöne Bilder von Gino in dem Film, saß die ganze Zeit nur da und sagte, scheiße, das ist mein Leben hier, was da gerade abgeht. Und immer wenn Lothar eingreifen wollte, hat Gino gesagt, halt doch mal die Klappe. Weil Gino hatte sich entschlossen, er will wirklich sehen, was da passiert. Was noch ganz spannend ist, irgendwann kam eine von den Blauäugigen in diesen Film da noch ein, setzte sich da hin, das ist kein Platz für Blauäugige. Und dann haben wir Demokratie gespielt. Da saß nämlich hier eine, die gesagt hat, Sie können doch mit der Frau nicht so umgehen, wissen Sie überhaupt, wer das ist? Hatte ich natürlich keine Ahnung. Das war früher die rechte Hand des Oberbürgermeisters von Hamburg. Und sie fand, dass ich mit der aufgrund ihres Status so nicht umgehen könne. Jetzt hat die aber einen grünen Kragen umgehabt, deswegen ist mir das ja egal. Das ist ja, aus meiner Zeit in Marburg weiß ich noch diese schöne Geschichte, da ist jemand aus Eritrea geflüchtet, ein Arzt, der versucht hat, beim Arbeitsamt dann deutlich zu machen, welche Qualifikationen er hat. Und dann haben die gesagt, ja, nee, also mit den Papieren, die Sie da vorlegen, können Sie trommeln? Also irgendwie ging es mir jetzt darum, dass die da weggeht und sich also schön zu dem Platz setzt, wo die Blauäugigen auch hingehören. Und dann hat sie gesagt, Sie können das nicht machen, wir leben hier in einer Demokratie. Und dann habe ich gesagt, naja, oh gut, und wie funktionieren Demokratien im Konfliktfall? Ich weiß, dass ich ja Politikwissenschaft studiert habe, sagte die Frau. Und ich sage, da wedelte dann gerade der Tontechniker, das heißt, ich musste da eben hin. Ich sage, mach doch mal eine Wahl. Und dann kriegte ich so beim hier nach hinten laufen zu dem Tontechniker mit, wie sie versucht, eine Wahl zu organisieren, nämlich, ich glaube, sie hat sowas gefragt wie, soll Karin da sitzen bleiben oder soll sie hier in die Gruppe der Blauäugigen? Und aus dem Augenwinkel kriegte ich mit, dass alle meine braunenäugigen sagten, dahin. Interessanterweise auch einige von den Blauäugigen. Das waren die 130-Prozentigen, die sich dachten, die soll nicht so auffallen. Ich habe die Wahl dann nochmal wiederholen müssen, weil sie hat die Ergebnisse fälschen wollen, aber so sind Blauäugige halt. Die hat ernsthaft behauptet, das Ergebnis sei nicht eindeutig gewesen. Und Sie merken, dass ich hier jetzt so langsam, aber sicher schon diesen drei Fragen kriege, immer wenn Blauäugige irgendwas komisches tun, fängt das schon an, lustig zu werden. Mario Barth macht damit Stadien voll, der nimmt aber keinen Blauäugigen, glaube ich. So, jetzt ist natürlich die Frage, warum funktioniert das? Warum funktioniert das? Weil ich glaube, wenn wir verstanden haben, wie es funktioniert, haben wir vielleicht noch ein bisschen mehr in der Hand dafür zu sorgen, wie es eventuell nicht funktionieren könnte. Also ziemlich schnell kommen alle, die so einen Workshop durchlebt haben, darauf, dass die Bs mir die Macht geben, das zu tun. Ich kann das nur, wenn die Bs mitmachen. Das waren die 51 Prozent, von denen Sie gerade gesprochen haben, die aus irgendwelchen Gründen in so einer Situation nicht zu aktiven Gegnern werden. Und das hat natürlich eine ganze Reihe von psychologischen Gründen, warum die es nicht tun. Also um sich selber nicht zu gefährden, ist das eine. Möglicherweise auch, um nicht selber angreifbar zu werden. Möglicherweise auch deswegen, weil man fängt dann auch an, das zu legitimieren, was da passiert. Also die Blaugen, die verhalten sich ja auch echt komisch. Also wenn die dann so plötzlich anfangen, sich nicht da hinzusetzen, wo sie sitzen sollen. Gut, da war jetzt kein Stuhl mehr frei, aber man kann sich auch auf den Boden setzen. Das heißt, die Bs fangen an, die Vorurteile, die im Raum so rumschweben, dafür zu legitimieren, auch nichts tun zu müssen. Und ich glaube, das ist ein ziemlich unschöner Mechanismus. Mechanismus, was natürlich hochspannend ist. Ich habe einmal einen Workshop gehabt, den finden Sie auch bei uns auf der Webseite, da war auch zufällig ZDF gerade da. Da kam ich rein, wollte die braunäugigen Anfangen zu manipulieren und zu konditionieren. Und aus dieser Reihe der Neuntklässler, Schüler, Schülerinnen, kamen, Hallo, das ist aber ein Vorurteil. Und ich dachte mir so, hey, was ist denn hier los? Das ist doch viel zu pauschal, was Sie da sagen. Ich sage, habt ihr nicht gesehen, wie die sich vorhin verhalten haben als bei dem Einschreiben? Ja, das war aber doch nur, weil Sie sie so behandelt haben. Und ich dachte mir, hallo, woher kennen die alle diese Mechanismen? Dieser Workshop lief völlig anders als die 423, die ich vorher gemacht hatte, weil bei den blauäugigen kriegte ich auch irgendwie so die ganzen Fehler, die die machen, die passierten da nicht. Wir haben hinterher herausgekriegt, dass ohne dass irgendjemand von den Kameraleuten, da von den Tonleuten, von meiner Assistenten, Assistentin irgendetwas davon mitgekriegt hat, dass hier ständig eine Solidarität passiert ist. Also die sind in Kommunikation mit den Bs gegangen und die Bs haben Kekse und Saft in die Mitte organisiert, die haben die Lösungen des Intelligenztests in die Mitte organisiert, die haben die Zuhörregeln in die Mitte organisiert, die haben das gemacht, was im Moment in einer ganzen Reihe von Kommunen passiert, wo Flüchtlinge ankommen. Und bei all dem, was wir gerade gesehen haben, was Herr Zick uns gezeigt hat, das sind ja immer diese, ich glaube, Emanzipationsarbeit, auch in Sachen Rassismus, geht immer eineinhalb Schritte vor und einen halben oder einen auch wieder zurück. Und das, was Sie gerade gesehen haben, ich beobachte genauso im Moment auf der anderen Seite, dass Kommunen sich völlig anders aufstellen, die stimmen ab und die stimmen mit mehr als 60 Prozent dafür, dass eine Flüchtlingsunterkunft bei Ihnen eingerichtet wird. Das sind doch Geschichten, die wir anfangen sollten, uns gegenseitig zu erzählen. Da ist was völlig anderes, als was wir vor 25 Jahren hatten. Entschuldigung, vor 20 Jahren. Wir haben inzwischen eine ganze Reihe von Leuten, die verstanden haben, dass dieses System nur dann funktioniert, wenn wir den hier machen lassen. Wenn wir nicht in der Situation, wo wir es tun könnten, eingreifen, wenn wir also nicht bei denjenigen sind, die da sagen, am Fenster lehnt. Und vielleicht, um das nochmal rund zu machen, zu dem, was Herr Zick gesagt hat, ich bin jetzt in Duisburg und habe viel mit dem Haus in den Päschen zu tun gehabt. Das war das Haus, wo sehr viele Sinti auf einmal angekommen, fürchterlich ausgebeutet worden sind von dem Vermieter dort. Nur mal so eine Geschichte. Da gab es einen Pfarrer, der war schon in diesen Moscheebauprozess sehr eingebunden. In Köln gab es irgendwie große Aufstände und pro Asyl hat sich pro NRW gegründet, pro Köln. Und in Duisburg haben wir die größte Moschee westlich von Istanbul in Europa. Und das ging total smooth. Warum? Unter anderem wegen solchen Leuten wie dem Pfarrer. Der ging nämlich in dieses Haus in den Päschen irgendwann mal rein, sah gegenüber in einem Haus am Fenster dieses Schild Zigeuner raus und den Mann dahinter und ging rüber und hat gesagt, ach du je, Ihnen passt das nicht, dass die hier sind, oder? Kommen Sie mal eben mit, ich will mal was zeigen. Direkte Ansprache, der Mann ist mit rübergegangen und hat mitgekriegt, in was für erbärmlichen Verhältnissen die Leute da leben müssen. Die hatten kein Wasser, die hatten zum Teil keinen Strom in den Wohnungen. Wasser war abgestellt, weil irgendwelche Rohre undicht waren. Dann ist dieser Mann, der dieses Schild geschrieben hat, dass die gefälligst rausgehen sollen, wortlos zurückgegangen in seine Wohnung und hat in der Wohnung einen Koffer geholt, den er noch hatte, weil er früher mal Klempner war, bevor er verrentet worden ist und ist wieder in das Haus reingegangen und hat in allen Wohnungen dafür gesorgt, dass die wieder Wasser hatten. Ich weiß nicht, ob der seine Einstellung geändert hatte in dem Moment, aber er fand es einfach absolut unmöglich, dass da Leute zusammengepfercht werden, die ohne Wasser in seiner Nachbarschaft leben. Das war für ihn völlig undenkbar. Und in dem Moment war es ihm offensichtlich auch völlig egal, ob das jetzt ein A, ein B oder ein C ist. Aber dass diese Mindeststandards, das wie wir miteinander umgehen in diesem Land, erfüllt sein müssen, das war für den auch wieder völlig klar. Und was ich so faszinierend finde, ist, wenn wir uns angucken, wie Vorurteile in Köpfen verankert sind und wie sie eine virale Wirksamkeit dann haben, wenn sie von Autoritäten legitimiert werden. Das zeigt, glaube ich, eine Sache, die ich sehr hilfreich finde und tatsächlich erst vorletzte Woche war ich beim THW und da ist mir irgendwie was aufgefallen. Also das Modell, das ich Ihnen jetzt ganz kurz noch zeigen will, sagt, dass Diskriminierung eigentlich immer auf so verschiedenen Ebenen stattfindet. Also es gibt eine Ideologie der Ungleichwertigkeit. Herr Zick hat es Ihnen vorhin erzählt. Also es muss irgendwie ein Besser-als-Schlechter-als geben. Diese Ideologie ist in der Regel aber auch institutionalisiert. Das heißt, wir finden zum Beispiel Institutionen viel weniger Leute, auf die ein bestimmtes Vorurteil zutrifft. Das heißt, man kann schließen, aus dem, wie unsere Institutionen aufgebaut sind, dass da auch an der Ideologie irgendwas dran ist. Also wir finden zum Beispiel ganz wenige Frauen in Führungspositionen in Unternehmen. Also werden sie wahrscheinlich dafür nicht geeignet sein. Wir sorgen über verschiedene... Wieder so eine Geschichte. Ich war neulich im Innenministerium in Baden-Württemberg. Da haben wir mit Mitarbeitern der Ausländerämter folgende Geschichte erzählt. Habe ich noch Zeit? Habe ich noch zwei Minuten? Okay. Das vielleicht als Letzteser mache ich Ihnen das Bild fertig. Die haben gesagt, ein neuer Mitarbeiter bei Ihnen braucht ungefähr ein Jahr, um eingearbeitet zu sein, weil das Ausländerrecht so kompliziert geworden ist, dass selbst bei denjenigen, die wirklich das Allerbeste für die Leute wollen, sie unglaubliche Schwierigkeiten haben, die auf den richtigen Weg zu bringen, damit ihnen nicht irgendwann mal die Entscheidungen, die da getroffen werden, auf die Füße fallen. Die brauchen ein Jahr, um Leute dort einzuarbeiten. Ich sage, Moment mal, das sind Leute, die dafür ausgebildet worden sind, das sind Verwaltungsmenschen, die brauchen über ein Jahr, um sich dann bei Ihnen irgendwo im Haus irgendwie zurechtzufinden, damit sie in die Beratung von Ausländern und Flüchtlingen irgendwie gehen können. Ja, das sei so. Da habe ich mir gedacht, und wenn ich jetzt die Sprachkenntnisse nicht hätte und keine Verwaltungsschule hinter mir und gerade erst angekommen bin, dann soll ich mich da schon so weit auskennen, dass ich da dann zustimmen kann oder irgendwas ablehnen kann. Also das sind so Sachen, die auch wieder, bitteschön, ich glaube 95% der Diskriminierung passieren, sind nicht bösartig. Dann haben wir den Bereich, wie Leute miteinander umgehen, ganz konkret, welche Witze sie erzählen. Ich glaube, mein Musiklehrer fand das damals einfach nur witzig, das mit dem Preußen. Der hat sich gar keine Gedanken darüber gemacht, wie das vielleicht bei mir ankommt. Interpersonell. Also was zwischen den Personen passiert. Und als letzte Ebene haben wir natürlich das, was mir passiert ist in dem Workshop, ungelogen, als Jane Elliott den Intelligenztest austeilte und dann hinterher wieder auswertete und ich irgendwie drei Punkte bei dem Intelligenztest hatten und alle braunäugigen 17, 18, 19 Punkte habe ich angefangen zu überlegen, ob da vielleicht irgendwas dran ist. Ich fing an, das zu internalisieren. Die Frage ist, was tun? Ich glaube, hier in der Stadt sind Sie ziemlich gut aufgestellt, was ein Leitbild angeht. Sie haben Leitlinien, Sie haben Leitziel, Sie haben Strukturen vereinbart. Sie haben sich überlegt, was man einer Ideologie der Ungleichwertigkeit entgegenstellen kann. Ich glaube, hier hat es auch ganz schön gerappelt in den Institutionen. Ich glaube, da passiert eine ganze Menge, was Einstellungspraxen angeht, was die Frage angeht, wen wir eigentlich auf welchen Posten haben wollen und mit welcher Qualifikation. interkulturelle Kompetenz ist sozusagen auch ein Einstellungskriterium geworden. Ich glaube, wir bewegen uns hier mit dieser Konferenz und deswegen ist das wahrscheinlich auch die vierte in dem Bereich. Wie können wir es hinbekommen, dass Leute nicht mit anderen in der Öffentlichkeit so umgehen und auch nicht, wenn sie zu zweit in einer Amtsstube hocken? und ich glaube, dass wir hier den Bereich brauchen wirklich Trainings, Schulung, das, was sie heute machen, lernen, umzugehen mit Situationen, in denen andere diskriminiert werden und die Internalisierung, da steckt Empowerment und Haltung dahinter und ich kann mich da auch nur ganz wichtig anschließen, wir brauchen eine Haltung der Gleichberechtigung, nicht der Gleichheit, sondern der Gleichberechtigung, der Begegnung auf Augenhöhe und jetzt höre ich auf. Danke vielmals.